Hallo zusammen, ich habe mich lange damit beschäftigt, ob ich diesen Beitrag als Video oder als Textformat mache und ich habe mich am Ende entschieden, das als Video zu machen, weil es irgendwie schwierig ist, das alles jetzt in textlicher Form wiederzuschreiben. Und da es um Lützerat geht, also auch sehr viele Emotionen im Spiel sind, möchte ich eines vorwegstellen. Ich finde gewaltsamen Protest gegen Sachen und vor allen Dingen aber auch wirklich gegen Menschen und Personen, genauso das allerletzte wie Polizeigewalt. Und für beides gibt es leider Beispiele im aktuellen Konflikt. Und das stimmt mich sehr nachdenklich und ist der Grund, warum ich auch an dieser Stelle hoffe und euch einlade, euch einfach mal mit dem Inhalt zu beschäftigen, denn um den geht es. Und ich steige damit ein, dass ich es nämlich sehr, sehr schwierig finde, dass unsere Bundesregierung es überhaupt zulässt, dass dieser Konflikt auf dem Rücken von Bürgerinnen und Bürgern, von Polizisten und Polizistinnen als auch den Mitarbeitenden von RWE überhaupt passiert, dass das überhaupt so eskaliert. Das müsste gar nicht sein. Und wir diskutieren gerade über die negativen Bilder, die wir sehen, gerade der Gewalt und Zerstörung. Und es geht ein bisschen aus dem Blickwinkel, um was es nämlich wirklich geht. Und das ist die Klimapolitik des Bundes, die hier eine Rolle spielt. Und da möchte ich gerade mit ein paar Sätzen darauf eingehen. Denn RWE macht gerade Druck. Die möchten abbaggern und die möchten die Kohle verfeuern. Das ist insofern problematisch, weil es auf der einen Seite ältere juristische Grundlagen dafür gibt, die sind valide, die sind legitim. Das ist stimmig. Und ich sehe das als deswegen problematisch an, weil es mittlerweile auch juristische Entscheidungen gibt, die auf Seiten derer sind, die übrigens auch wie ich fordern, dass diese Kohle im Boden bleibt. Ich fordere, dass die Kohle im Boden bleibt, weil das Bundesverfassungsgericht dies legitimiert. Das Bundesverfassungsgericht hat erst vorletztes Jahr gesagt, hey liebe große Koalition, euer Klimagesetz ist für den Arsch. In Teilen wurde das der Bundesregierung um die Ohren gehauen und zurückgegeben. Ja, Neuwahlen und neue Regierungsbildung und schon ist dieses Gesetz immer noch nicht neu aufgestellt. Und ich behaupte, mit einem neuen wirklichen Klimagesetz dürfte diese Kohle nicht mehr verfeuert werden. Weil, und das zeigen auch Gutachten in ausreichender Form, sie ist nicht notwendig. Das wird zwar gerade von vielen Stellen gesagt, aber ich finde, das kommt aus einer ganz klaren Ecke, nämlich getrieben dadurch, dass alle die, die sagen, diese Kohle muss verfeuert werden, damit die Energiesicherheit gewährleistet ist, alle am Ende auch irgendwo bei RWE mit zusammenhängen, indem sie nämlich als Kommune oder als Unternehmen davon profitieren. Das ist übrigens auch legitim. Ich verurteile das nicht. Was ich nur verurteile ist, dass man sich als Bundesregierung darum drückt, eine Entscheidung im Sinne der nachfolgenden Generationen zu fällen, nämlich das, was auch das Bundesverfassungsgericht nämlich gesagt hat. Und diese Entscheidung wäre wirklich simpel. Diese Kohle würde niemals verfeuert werden. Und klar macht RWE Druck und beruft sich auf ein bestätigtes Urteil und eine bestätigte juristische Situation, sprich, denen gehören die Gebäude, sie dürfen räumen, sie dürfen sie abholzen. Übrigens hat das Gericht seinerzeit im Rahmen des Eilantrags auch gesagt, wir entscheiden das deswegen pro RWE, weil Umweltkriterien und Klimakriterien gar nicht Teil unserer Legislative sind, unserer Gesetzgebung. Sprich, selbst die Richter sagen, wäre das Klimagesetz schon da, wäre es wahrscheinlich anders. Und ich bin nun mal Teil des Regionalrates. Lützerat liegt jetzt nicht im Regierungsbezirk Köln, was das betrifft, aber es ist analog, nämlich es gehört zur Landesplanung. Und die Landesplanung, als auch die Bundesplanung für Regionen und für Raum, sagt eben nichts zu wirklich umwelt- und klimapolitischen Kriterien. Und wenn ich das bei uns gerade in Köln sehe, wir sind übrigens mitten in der Neuaufstellung des Regionalplanes, dann sind solche klima- und umweltpolitischen Kriterien alles nur Grundsätze. Grundsätze sind übrigens weiche. Ja, das sind so, sollte man so machen Dinge. Sehr, sehr viele, bis fast alle, Aspekte, die die wirtschaftlichen Flächen betreffen und sogar deren Neufindung und Ausweisung, sind sogar Ziele und damit haben sie sogar noch einen höheren Charakter. Und genau das ist das Problem. Die Politik und die Gestaltung und Sicherung für nachfolgende Generationen findet bis heute nicht in ausreichender Form statt. Und auch das ist ja genau das, was das Bundesverfassungsgericht angemahnt hat. Und würde man das tun, würde diese Kohle im Boden bleiben. Und das sollte auch in meinen Augen passieren. Und streng genommen hat für mich die Polizei einen korrekten Job gemacht, auch wenn das jetzt vielleicht bei einem Kurzschnappatmung auslöst. Sie hat ein geltendes Recht zunächst umgesetzt und das betrifft die Räumung von Eigentum. Aber deswegen muss die Polizei in meinen Augen als nächstes dafür sorgen, dass kein Bagger diese Kohle abbaggert. Denn, nochmals, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wir brauchen eine noch bessere Politik für nachfolgende Generationen. 280 Tonnen CO2 liegen als Kohle gebunden unter Litzerat. Und in meinen Augen sollen sie es auch da bleiben. Sonst bräuchten wir doch auch nicht über ÖPNV und Fahrrad und weiß der Geier was alles diskutieren. Sorry, die größten CO2-Schleudern Europas stehen im Rheinischen Revier. Sie stehen vor unserer Haustüre. Und wir haben einen Ausstieg beschlossen. Das heißt, es ist nicht notwendig. Die Gutachten belegen auch, dass es auch nicht mehr die Kohle von Litzerat benötigt. Also, mein Appell, es muss die Kohle im Boden bleiben. Und das hat weniger was damit zu tun, wie ich zu irgendwelchen der Aktivisten stehe. Es waren Freunde und Parteimitglieder auch von uns vor Ort. Und das finde ich richtig, das unterstütze ich. Es waren aber auch Freunde und Bekannte von mir im Einsatz der Polizei vor Ort und mussten sich bespucken lassen. Ein No-Go. Sorry. Und genau das ist das, was aber auch nicht passieren darf, dass man solche Dinge zum Erbittern eskalieren lässt, statt als Kanzler, als Bundesregierung zu sagen, hallo, wir haben eine Verantwortung auch für nachfolgende Generationen in unserer Politik nicht erfolgt. Hier, finde ich, hat unsere Bundesregierung auch klar versagt, Opfer sind alle die, die wir am Wochenende in Litzerat gesehen haben. Und wenn wir alle der Meinung sind, dass wir eine bessere Klimapolitik brauchen, dann sollten wir schon dafür sorgen, dass diese Kohle im Boden bleibt. Vielleicht noch ein Randdetail. Noch 2006, als es teilweise um genau solche Verfahren ging, hat RWE noch gesagt, wir glauben nicht daran, dass es eine Auswirkung auf das Klima hat. Wir glauben nicht daran, dass das dem Klima schadet. So tickt übrigens auch ExxonMobil. Das habt ihr diese Woche hoffentlich auch mitbekommen, dass solche Unternehmen gerne hinter den Kulissen sich genau damit beschäftigen, was sie eigentlich zerstören und anrichten. Und RWE ist aber auch hier ein Arbeitgeber. RWE gehört hier zur Region. RWE macht übrigens auch einige sehr gute nachhaltige Projekte. Nur politisch sollten wir ihnen mal die Schranken aufzeigen und sagen, diese Kohle zerstört das Leben eurer Kinder, Enkelkinder und nachfolgenden Generationen. Und darum geht es. Da ist der Elefant im Raum. Und nicht auf dem Rücken von den Polizisten, nicht auf dem Rücken der lokalen Bevölkerung, nicht auf dem Rücken von uns Bürgerinnen und Bürgern, nicht auf dem Rücken der einfachen Mitarbeiter bei RWE, die dort im Security-Bereich tätig sind. Weil das sind alles auch nur Erfüllungsgehilfen für das, was da oben drüber steht. Und es ist nicht notwendig. Es ist juristisch in meinen Augen auch höchst zweifelhaft, dass das nachhaltig ist. Wie gesagt, Bundesverfassungsgericht, ich habe das für euch hier unten verlinkt. Und ich würde euch wirklich einladen, egal ob ihr euch dem oder dem Lager zurechnet, wenn ihr auch wisst und zumindest diese Wissenschaft nicht leugnet, dass CO2 sehr schädlich ist und große Teile unserer Steuermittel ja auch für Wissenschaft investiert werden, wenn die bestätigt, dass jedes Gramm CO2 eins zu viel ist, dann ist es unsere gemeinsame Pflicht, dass die Kohle im Boden bleibt. Und zu guter Letzt daher noch ein Satz zu den Kosten. Es waren 14 Bundesländer involviert im Polizeieinsatz. Und es gibt Stimmen, die sagen, hey, wieso? Jetzt gibt es ein Urteil, diese Kosten hätte man in nachhaltige Energie investieren können. Das stimmt. Aber das hätte man vorher schon. Man hätte es gar nicht so weit kommen lassen müssen. Und deswegen finde ich den Vorwurf der Kosten gegenüber den Aktivisten, die ihr demokratisches Recht ausüben, falsch adressiert. Die Kosten verantwortet unsere Bundesregierung. Und sie muss dafür mal gerade stehen. Und sie hat es nicht geschafft, seit zwei Jahren ein Klimagesetz auf den Weg zu bringen, was diese CO2-Mengen im Boden belässt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Woche. Und ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Und ich freue mich, wenn ihr mitdiskutiert, sachlich, fair. Und hier wird nichts zensiert, es sei denn, es geht unter die Gürtellinie, wird persönlich. Und lasst uns doch darüber sprechen, wie wir das lösen. Und wie wir es hinbekommen, dass eben wirklich auch für nachfolgende Generationen eine klimafreundliche Politik betrieben wird. Und zwar mit wissenschaftlichen Expertisen, aber nicht auf dem Rücken von anderen. Also, vielen Dank. Vielen Dank.